hey leute willkommen ein weiteres video Clash Royale ja ich wollte euch die Auflösung sagen der Gewinner ist Alavio Clash Gamer der hat zu mir geschrieben ich will den Ohr haben weil du der beste bist du bist der geilste YouTuber und ich liebe dein Clash Royale Videos ja und das war für mich das beste Kommentar und weil niemand anderes geschrieben hat also zum Beispiel Clash Royale Gaming er hat nur geschrieben GTA Ua noch was ich nicht verstehe obwohl ich schon längst ein Video gemacht habe dass Onokai verlost wird und der KGT will Ua bitte obwohl ich gesagt habe ihr sollt einen Kommentar schreiben warum ihr die haben wollt nicht sagen Ua bitte geben ihr müsst schreiben warum ihr die haben wollt und ja Alavio Clash Gamer ist der einzige der ja einen schönen Kommentar geschrieben hat deswegen gewinnst du Alavio Clash Gamer wenn du dieses Video siehst bekommst du mein Onokai Account ähm wie heißt das nochmal schreibt mich auf Instagram an ich heiße genau wie bei meinem YouTube Kategor Ua Clash Gamer und du wärst für mich schön wenn nicht dann schreibt mich auf Kommentar an wie du heißt dann hatte ich dich und dann gebe ich dir das Onokai Account und dann viel Spaß noch mit damit und tschüss